Minispiele. So, ich werde zuerst mal Word Hunter zeigen. Buchstabiere so viele Wörter wie möglich in 60 Sekunden. Längere Wörter bringen mehr Punkte. Ich bin so extrem schlecht in dem, deshalb werde ich das einmal kurz zeigen und richtig heftig failen. Ähm, zum Beispiel Maw. Heisst so viel wie Schlund, weiss ich aus Halo. Oder. Nein, das geht nicht. Scheiße, Pool geht nicht. Kein R. Ah, macht das wieder weg. Äh, das heisst nicht so, oder? Wohl schrieben, schreibt man anders oder nicht. Scheiss, das ist kein Wort. Wohl. Man schreibt doch Wolle. Das ist nicht so. Eben. Ähm. 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 Pol. Der Pol. Ein Pol. Nordpol, Seepol. Ähm. Yes. Ich bin deutlich besser. Ich bin schon doppelt so gut wie beim ersten Mal. Ähm. Maw. Maw ist ein Wort. Ich weiss nicht, was es bedeutet. Hey. Maw ist ein Wort. Das war in meinem Wortschatz drin. 34 Punkte. Okay. Ich glaube, das reicht auch. Mehr will ich gar nicht erreichen, weil ich bin wirklich nicht gut. So, dann. Das andere, wenn ich spiele, das ist ein bisschen lustiger. Lustiger vor allem. Alter. Hat sich an wie Elsässig. Lustiger. Das ist der sogenannte Anthony Meiser. 3 von 165. Und ich habe schon drei Wörter gebildet. Und zwar geht es darum. Und folgendes. Benutze das Lie, um neue Buchstaben für das gesuchte Wort zu erhalten. Beispiel. Du brauchst ein Y. Bewege das Lie zum Wort No, um daraus Yes zu machen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das ist nämlich das, was wir auch im Spiel ein bisschen ausprobiert haben. Okay. Wir haben hier jetzt das Wort Web. Wir haben ein W und ein E. Wir brauchen aber ein B. Jetzt. Wie können wir ein Wort bilden mit B aus einem anderen Wort, das wir sozusagen umkehren? Ich probiere ein bisschen aus. Was ist denn das Gegenteil von Wash? Kann man ja mal versuchen. Okay. Sh ist anscheinend ein Wort. Ich weiss nicht, welches Wort Sh beschreibt. Aber okay. Sh ist das Wort des Jahres im englischen Gebrauch. Gefall zu sein auf jeden Fall. Da kannst du vorsch nicht umkehren. Das Gegenteil ist doch trocken oder so. Oder nicht? Oder Asche? Was ist mit Asche? Ash. Haben wir doch schon mal gebildet. Kannst du Asche umkehren? Nee. Bist du nichts nütze. Nein, es ist bloß. Ähm. Ähm. Ah. Komm, machen wir mal weg. Was können wir denn noch machen? Zum Beispiel Say. Das Gegenteil von Say. Say hat er noch nicht. Silence. Ja, stimmt. Wenn man nichts sagt, dann ist das ruhig. Ich glaube, wir haben hier kein B. Wir haben kein B. Ich probiere einfach. Auch Normen können ja verneint werden. Jetzt brauche ich noch ein F. Das ist das Gegenteil von Zaun. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es immer interessant zu sehen, was dabei rauskommt. So. Herr kleiner Mann. Warte, ich hole dich gleich. Fans. Zaun. Was ist das Gegenteil von Zaun? Kein Zaun. Kann das umgedreht werden? Ich glaube weniger. Schade. Ein W. Nein, warte. Was brauchen wir denn? B. Ähm. Haben wir ein L? Wir haben nur ein L. Scheisse. Ich hätte das Wort Zell bilden können. Nein, Moment. Das Wort Zell, das Gegenteil ist ja Buy von Zell. Von Verkaufen ist das Gegenteil. Verkaufen. Wir machen einfach nochmal das Wort Say. Gern es um. Na los. Da gibt es mir nochmal das Wort Silence. Dann. Räumen wir das alles ein bisschen näher zusammen. Dann können wir das Wort Zell bilden. Ähm. Warte. So. So. Weg. Komm es da nach oben. Zell. An der ganze Scheiss brauche ich eigentlich hier nicht. Kann ich eigentlich wegschaffen. Ja. Eben. Kann ich wegschaffen eigentlich. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Reicht das schon? Kommst du da schon durch? Nein. Kommst du noch nicht? NC. So. Jetzt aber. Zell. Einen Moment. Wieso will ich ein... Was versuche ich gerade hier zu bilden? Bin ich blöd? Wieso will ich das Wort beibilden? War logisch wegen dem B. Ich dachte gerade... Ich hatte gerade kurz einen Hänger. Ich dachte gerade, das W fällt mir. Aber nein. Nein. Nicht das W. So. Schon besser. Web. Wir haben's. So. Ich weiß nicht. Uah. Warte, wie geil. Kommt einfach eine Spinne runter. Ich bleib's ja nicht. Warte, wie geil. Okay. Was können wir hier denn für den Worten? Den Boss brauchen wir. Wir haben ein O. Wir brauchen B und S. Game kann wir nicht bilden. Schade. Was ist das Gegenteil von Act? Also, wir werden das machen. Ich würde sagen, Act. Act in a play. Was ist denn das Gegenteil von Act? Rehears. Rehears. Was ist das? Ich weiss nicht, was das heisst. Jedenfalls picke ich mir mal das S da raus. Und bringe es ein bisschen näher. Bei Sicherheit. Rehear. Zurückhören oder was? Okay. Ich probiere das ein bisschen. Was ist denn das Gegenteil von Hören? Genau. Hören. So. Ich finde das so cool. Einfach hier zu Zeugs ein bisschen ausprobieren. Das macht voll Spaß. Rehears. Was heisst Rehears? Sich weigern. Nein, das heisst Refuse. And Treat. Das bringt mir nichts. Komm. Alter, das sind zu viele Buchstaben hier. Das sind zu viele Buchstaben. Was ist das Gegenteil von Retreat? Von Rückzug? Irgendwas mit Angriff. Offensive. Oder irgendein so etwas. Das kann man ja mal ausprobieren. Zum Beispiel hier. Retreat. Das geht zum Glück. Retreat. Nie. Was ist nie? So, jetzt bin ich gespannt, was für ein Wort bildet sich aus. Retreat. Rückzug. Rückzug. Das Gegenteil. Angriff eigentlich. Offensive. Offensive wäre perfekt. Oder die mehr Offensive. Alter. Aggression. Okay. Aggression. Aber das passt. Oder? Nein. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Wir haben jetzt zwar zwei S. Aber wir brauchen immer noch ein B. Scheisse. Ah. Die bekommen mir ein B. Sagt mir Wört mit B. Die ich unkehren kann. B. B. Bob. Geht nicht. Das Gegenteil von Bob. Äh. Was ist das? Was kann man? B. Äh. Ich. Mein Kopf ist gerade leer. Tut mir leid. Mein Kopf ist gerade. So, jetzt ist es von leer. Ähm. Was ist das Gegenteil von? Von. Ich glaube ich noch eins davon. Ja. Ich muss hier paar Buchstaben mal per Seite noch schaffen. Was ist das Gegenteil von Wut? Anger. Angry Birds. Ja, vor allem so. Vor allem so geschrieben. Äh. So. Wenn schon, denn schon. Angry. Das kann noch hundertprozentig umführen. So. Kommt, kleiner Mann. Was machst du mir dann hier für ein schönes Wort? Eine Lore. Was sind wir jetzt bei Minecraft? Minecraft. Lore. Was für ein Wort haben wir gerade umgekehrt? Lore. Was haben wir für ein Wort umgekehrt gerade? Alter. Ich. Was habe ich? Ich weiss es nicht mehr. Ähm. Scheisse. Wir haben immer noch kein B. Okay. Okay. Was ist das Gegenteil von Ore. Erz. Das wird wahrscheinlich weniger gut gehen. Das wird wahrscheinlich weniger gut gehen. Ein anderes Wort. Hab ich gerade gesehen. Was ist das Gegenteil von Schneiden? Hier bitte. Rough. Ich brauche ein B. Ich brauche ein B. Ich brauche ein B. Es gibt mir kein B. B. Was ist denn das Gegenteil von Boring? Interesting. Interesting. In. In. Z. 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 Ging ich das hin? Boring. Dann hätten wir es. Okay. Geben wir ein I. Wir bilden das mal, oder Leute? In. In. Ich sage, dass es funktioniert. Int. Dann brauchen wir ein T. T. Inter. 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 Interess würde theoretisch auch gehen. Inter. Inter. Das könnten wir auch umkehren, aber Interess. Will ich jetzt mal probieren. G haben wir. Wir haben alles, was wir brauchen, glaube ich. Interess. Inter. Da brauchen wir noch ein E dazwischen zuerst. Ja, dann sieht man wieder meine Buchstabierfähigkeiten hier. So. Nein. Interess. Ich hoffe, das Wort ist nicht zu lang. Na komm. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. Interessant. Das funktioniert schon mal. Boring. Es muss boring sein. Es tut mir leid, aber wenn es nicht boring ist. Ja. Ring. Lord of the Rings. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich glaube, es wäre auch einfacher gegangen, aber wieso einfach, wenn es kompliziert geht. So. Weg damit. Das zweite S noch. Gore. Warte kurz. Gore heisst doch auch irgendetwas. Immer bei den Allesbeschränkungen ist das Wort Gore. Gore heisst irgendetwas. Ich glaube, eigentlich Brutalität oder so. In die Richtung. Blood, Violence and Gore heisst es immer bei den Allesbeschränkungen. Boss. King. Wir brauchen ein G und ein N. Okay. Happy geht nicht. Free. Was ist? Ich sehe das erst jetzt. Schaut euch mal meinen Charakter an. Alter. Nee. Was für ein Mainstream-Gag. Das Gesicht. Mann. Was für ein Scheiss. Oh. Jei. 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 Aber Leute. Ich finde das so geil, dass das Zeug so anpasst. Das ist sogar so ein positives Wort. Sehr cool. Und was ist es, wenn man es umgekehrt macht. Und ich hoffe, dass es nicht... Okay. Bildet sich kein Monster. Da bin ich froh. Okay. Dann wäre es noch das G. Das N haben wir. Das bringen wir mal weg. G. Zum Beispiel Stay. Bod. Bod Spencer. Bod. So. King. Mit G. Was können wir denn mit... Oder was können wir da noch für Wörter bilden? Was ist das Gegenteil von... Von Way. Ich probiere einfach ein bisschen rum. Wie schon gesagt, weil es mich noch interessant düngt, herauszufinden, was da für Wörter herauskommt. Ich muss jetzt auch provokativ auf mit dem Boss hat. Discursion. Hab' ihr ein E? Hab' ihr ein E? Wir haben ein E. Was ist denn das Gegenteil von Cur? Das wäre eigentlich interessant. Ich wollte jetzt mal Curse, Fluch, bilden. Aber... Cure, also Heilmittel, das wäre eigentlich noch interessant. Ich mach' aber mal Fluch. Das ist das Gegenteil von Fluch. Zack. So. Dreh das mal um. Bless. Dann probieren wir doch mal das Heilmittel aus. Nehmen wir einfach das S hier raus. So. Nehmen wir es hier oben mal ab. Cure. So. Was ist denn die Krankheit? For Event. For Event? Die finden hier Wörter, als ich noch nie gehört habe. Was heisst? Was ist denn das Gegenteil von... Nehmen wir die neue Wörter rein? For? Nein, das meinte ich nicht. Fantastic Four. Ich muss hier wieder ein bisschen Platz schaffen. Aber es kann doch nicht sein, dass ich... Wäääh! Das wollte ich nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich hier nicht... Scheiss. Ein Scheiss. Was für ein Buchstabe wollen wir? Ich habe es gerade vergessen. Ein G. Dass wir kein G bekommen. Attack. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Attack. Attack. Was ist das Gegenteil von Attack? So. Jetzt muss ich aber hier ein bisschen... Komm, lassen wir noch Ufo. Das Ufo. So. Es tut mir leid, aber da muss ein bisschen Platz geschaffen werden wieder. Zum Herumprobieren. Attack. Gibt es nicht. Ich will noch das Wort bilden und dann machen wir mal ein Ende bei dem Let's Play. Finde ich eine gute Idee. Okay. Halt doch auf. Mach es dir doch nur weh. Mach es mich wahnsinnig. Ich probiere nur ein bisschen. Was ist denn das Gegenteil von Fuss? Hand oder was? Ich weiss nicht, ob das funktioniert. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Doch, jetzt. Ich weiss nicht, ob das ist eine Krankheit, aber was ist eine Krankheit. Aber was ist eine Krankheit? Ich brauche ein schönes Geh. Was ist das Gegenteil von Baby? Ich bin verzweifelt. Wieso? Ich muss mich verarschen. Jack. Was ist das Gegenteil von Jack? Das ist so ein... Vieh. Ach, weisst du was? Komm, ich prob... Ich weiss es nicht, Leute. Ich glaube, ich lasse es mal so sein, wie es ist. Wir haben jetzt ziemlich lange dran rumprobiert. Was ja auch lustig ist. Es macht schon Spass, muss man ehrlich sagen. Mega cooles Spiel. Also gut, Leute. Dann ziehe ich hier mal einen Schlussstrich. Eben, wer die Entwickler unterstützen will. Das Spiel ist nicht teuer. Ich weiss nicht mehr, wie teuer, aber es ist nicht teuer. Der soll sich das gerne herunterladen. Das würde die Entwickler sicher freuen. Und der oder diejenige, die dann das herunterlädt, kann selbst ihre Wortgewitztheit in der englischen Sprache unter Beweis stellen. Ihr werdet definitiv mehr rausfinden, als ich. Das ist nicht schwer. In dem Fall, der läuft noch ein bisschen gegen das Eda. Das macht ihm Spass. Der macht das mal weiter jetzt. Denn ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Euer Chesnik. Tschüss. Und tschau. Was machst du da? Egal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.